Willkommen zu einer weiteren Folge von Mighty No. 9, nachdem war Oli praktisch die Erste... Was sollten wir nächstes anzusehen? Das VR-Trainingsprogramm, die ich empfohlen habe... Uha... Na, ich kann da einen anreißen... Ich dachte, wie du mal die Normal-Attacke-Pfitte vielleicht zuziehen... Oh-oh... Oh-oh... Hier... Rennen wir damit schneller, dass ich mir das auch mal ansehen soll... Yeah! So, halte dich an etwas fest, um zu klettern... Aber hier ist die Seelsbedingungen, Niederlage, Z abgelaufen oder tot... Und wir können wieder nicht angreifen... Schicksal, ready? Go! Oh, shit! Hier muss man bestimmt schon mal mehr starten... Oh, ich muss nach oben gehen... Ich vergesse das, wie das mal ist... Hm... W perfect! Ugh! Ugh! Das ist nicht zu Sanne. Muss ich Leg spielen? Warum klappt das nicht? Oh, die Fett ist noch verloren. Okay. Nöchtend. Scheiße. Schönenvergabend. Zwar das Grüne singe ich, aber vielleicht klappt es auch so. So. Ja! Oh, Geschäfte! So, Nütze, Accelerate, oder wie auch immer. Accelerate, so. Also das hier... Andere kann ich einsetzt werden. Okay. Okay. Ready, set, go! Oh! So, jetzt ist es ein bisschen? Hey, gibt es schon eine Möglichkeit, dann durchzukommen, ohne Schaden zu nehmen? Oh! Scheiße! Okay, das ist hart. Sexte am eh! Go! See, da sind wir jetzt! Oh! 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 Hey! Oh! Okay, das ist echt ne beschissene Stelle. Das muss machbar sein. Oh, shit. Yeah! Was ist das für ihn? Ich dachte, ich komme schlecht. Ähm. Okay. War ich so langsam? Okay. 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 Ich weiß nicht, wie viel noch übrig ist. Nein. Wie komme ich denn da ran jetzt? Ich schieße mich da ran. Ich schaue jetzt mal die anderen noch an. Okay, das ist eigentlich relativ simpel. Wir müssen eh nochmal neu starten. Ich bin jetzt nicht mehr auf der Seite. Ich bin jetzt nicht mehr auf der Seite. Ich bin jetzt nicht mehr auf der Seite. Ah, ok. Hätte ich zwar schon da machen können, aber egal. Erziele 100%-Kombos. Was? ... Bring it on! Bring it on! Yna? Yna? Was? Here we go! Bring it on! Bring it on! Ah, ich weiß, dass ich nicht kommen die Mauer. Oh, nirg? Ach so. Ah, fuck. Wir hätten zu gehen. Here we go! Here we go! Bring it! Bring it on! Here we go! Here we go! Here we go! Here we go! ich versuche ich mal erst mal an dem anderen ach ich das ziel okay vielleicht ist genau das zu sehen, dass ich irgendwie nicht umspringe dass ich immer schon ein bisschen fliege einsetze oh fuck oh wir haben ganz schön viel Zeit, also muss man längere Strecke werden hey game over oh fuck okay okay obwohl es nicht angeblich dafür, dass man so oft sterben und wieder neu starten muss okay game over die das Ja, 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 ja. ok ich glaube das ist ok Du kacke Game over Okay, danke mir He's done